Musik So, jetzt haben wir einen Themenwechsel in unserer Sendung Unternehmer im Porträt. Kommen wir aber auch zu einem ganz wichtigen und aktuellen Thema, nämlich dem Thema Pflege, dem Thema Pflegekräfte. Wir haben das alle erlebt in der Corona-Zeit. Da gibt es viele Probleme, da gibt es zu wenig Mitarbeiter, da gibt es natürlich Rahmenbedingungen, auch die nicht unbedingt so positiv und so angenehm sind. Aber da ist viel zu tun und an dieser Stelle setzt mein nächster Gast an. Florian Sedlmayr ist Inhaber der Sedlmayr Consulting. Herr Sedlmayr, warum ist denn im Moment das Thema Fachkräftemangel überhaupt so kompliziert? Was macht das Ganze so schwierig? Ja, also ich kann schon mal vorwegnehmen, an der Branche an sich liegt es nicht, was viele denken. Denn Fachkräftemangel an sich gibt es ja in ganz, ganz vielen Branchen. Also Handwerk, um da jetzt mal eine zu nennen. Und es gibt ja einige wenige Unternehmen, die tatsächlich auf magische Art und Weise immer voll besetzt sind und ganz, ganz viele, die es eben nicht sind. Und die Frage, die man sich an der Stelle stellen darf, ist, was können die oder was wissen die, was die anderen eben nicht richtig machen? Was ist da euer Ziel in eurer Firma? Also was ist euer Ansatz? Ja, also unser Ansatz ist eben, diesen gesamten Arbeitsmarkt zu bespielen. Denn Sie können sich den Arbeitsmarkt so vorstellen, dass nur 20 Prozent, wenn überhaupt, aktiv arbeitssuchend sind. Der große Teil, 60 Prozent, sind eben unzufrieden in ihrem Job, aber bewerben sich noch nicht aktiv. Und 20 Prozent sind zufrieden, würden nur bei einem sehr guten Angebot wechseln. Und diese ganzen herkömmlichen Methoden, also Stepstone, Indeed, LinkedIn, vielleicht auch Print oder Radiowerbung sogar, die spielt eben nur auf diese 20 Prozent der aktiv Arbeitssuchenden an. Also man kann sich das eigentlich vorstellen wie so ein Eisberg, wo nur diese 20 Prozent oben rausschauen. Und wenn man sich eben nur auf die konzentriert, und das sind in der Pflege weitaus weniger, dann hat man da eben schlechte Karten. Wie kann man das Problem denn lösen? Kann das wirklich jedes Pflegeunternehmen schaffen? Ich meine, da gibt es ja wirklich große Probleme. Corona hat das Ganze nochmal massiv verschärft. Also absolut. Und ich hatte ja diese Verteilung angesprochen, 20, 60, 20. Und es geht eben darum, diese 80 Prozent anzusprechen. Und die können wir in der heutigen Zeit nur digital ansprechen. Und digital bedeutet eben da, wo sich die Fachkräfte aufhalten. Und das ist auf dem Smartphone, auf Social Media. Und da hat man eben auch die Möglichkeit, durch künstliche Intelligenz, durch moderne Algorithmen, genau die Leute anzusprechen, die dann auch für das Unternehmen relevant sind. Also wirklich perfekt qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Jetzt ist Ihre Firma genau darauf spezialisiert. Gibt es ja auch noch nicht so lange. Insofern passt das genau in diese Zeit. Aber es gibt ja auch viele Zeitarbeitsfirmen. Es gibt Personalvermittler. Es gibt Headhunter. Wo konkret unterscheidet sich die Sedlmayr Consulting? Ja, also es sind auch kurzfristig valide Optionen, eventuell. Aber das ist halt alles Symptombehandlung. Das bedeutet, wenn dann der nächste Mitarbeiter in Elternzeit oder Ähnliches geht, dann muss man eben wieder auf die zurückgreifen. Denn die Ursache des Problems ist ja, nicht attraktiv genug für neue Bewerber zu sein und eben nicht in der breiten Masse Bewerbungen zu generieren. Und das ist genau das Thema, was wir aufgreifen. Außerdem sind Zeitarbeitsfirmen oft, haben die selber nicht die Fachkräfte. Die sind in der Regel teuer. Und die sind auch auf der Seite des Bewerbers. Denn die werden provisioniert, prozentual auf das Bruttogehalt. Und dementsprechend probieren die natürlich auch ein hohes Gehalt zu platzieren. Jetzt sind Sie noch nicht so lange, wie gesagt, aktiv, aber können schon Kundenergebnisse präsentieren. Was sind denn so typische Kundenergebnisse, wo Sie sagen, naja, da war ich dann ein paar Wochen später oder ein paar Monate später und habe gemerkt, meine Firma hat geholfen? Ja, also die sind natürlich sehr, sehr individuell. Also vom kleinen Pflegebetrieb bis zu 100 bis 200 Standorten. Aber ich nehme da als Beispiel jetzt gerne mal die Fair Intensive Care raus. Das ist noch relativ junger Kunde. Betreuen wir seit ungefähr zwei Monaten, 30 Minuten von Karlsruhe entfernt. Sehr, sehr ländlich. Und da höre ich oft vom Kunden, ja, das kann ja nicht funktionieren. Also hier sind ja keine Fachkräfte. Und da haben wir jetzt in zwei Monaten fünf examinierte Pflegefachkräfte eingestellt. Also die sind wirklich voll besetzt. Und der Kunde hatte mich gestern hier noch angerufen und gemeint, er würde jetzt gerne mit uns auch einen neuen Standort erschließen. Ja, also das ist vielleicht leicht überdurchschnittlich, aber auf keinen Fall untypisch. Fassen wir es mal zusammen, weil das klingt jetzt alles sehr klar. Ihr habt da ein sehr klares System auch erschaffen in der Firma. Wir müssen uns mal auf den Punkt bringen. Wird ja mal gesagt, der USP der Firma. Wo helft ihr konkret? Wo helfen Sie konkret? Wann kann ich mich an die Firma Seedlmeyer wenden? Ja, also auf den Punkt gebracht, Vollbesetzung in acht Wochen. Günstiger, schneller und mit qualifizierterem Personal als alle anderen da draußen. Und wir garantieren das sogar. Wir haben aktuell ein Angebot, wo wir 15 Bewerber in den ersten 30 Tagen garantieren. Die erste Bewerbung in 48 Stunden. Sollten wir das nicht schaffen, arbeiten wir zu 100 Prozent kostenlos. Ja, und wenn Sie jetzt beispielsweise 100 oder 200 Standorte eben befüllen möchten, dann empfehlen wir, einfach so ein Pilotprojekt zu machen. Ein bis fünf Standorte mal zu testen, dass wir unser Versprechen liefern können und dann eben auszuweiten, so handhaben wir das mit unseren größeren Kunden. Ein junger Unternehmer, Sie sehen es aber, ich glaube, er weiß schon ziemlich genau, was er tut. Ein ganz wichtiges Thema, in dem die Firma Seedlmeyer Consulting ansetzt, nämlich dem Thema Fachkräftemangel in der Pflegebranche. Wir blenden die Adresse ein, wenn Sie sich für diesen Bereich interessieren und Informationen wollen, dann wenden Sie sich an die Firma Seedlmeyer. Florian Seedlmeyer war das, der Chef der Seedlmeyer Consulting. Vielen Dank. Ja, und das war es auch in unserer ersten Sendung Unternehmer im Porträt. Viele weitere werden folgen für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.